ich esse einfach mal ein paar bären hier ich gehe mal vorsichtig gucken wo dieses super vier umgorkt ok wollen wir jetzt noch steine sammeln oder wie sieht das aus hier sind ja ein haufen steine magst du dann direkt ein paar wände bauen wollen wir jetzt erst ersetzen oder wollen wir direkt einen zweiten stock oben hin bauen ich habe keine ahnung ist ja doppelt gemoppelt wenn wir eine mehr nicht damit kommen wenn wir jetzt steine gleich oben hin machen deswegen steinmauern das war hier oben jetzt schon mal ein dachgeschoss quasi drauf machen nein ich kann es nicht reparieren verdammt das problem wird wahrscheinlich sein dass es immer aussehen wird wie ein klotz es ist immer ein schöner klotz tatsächlich brauchen wirklich große möglichkeiten jetzt irgendwas anderes hinzumachen hast du glaube ich nicht mit den schrägen diesen jahr ziemlich ja das stimmt die sind kaka unten ist der wasser aber du kannst sie nur die wände ich kann heute steinwände machen also okay dann die frage ist halt einfach du musst du musst es ja ein bisschen aufteilen im endeffekt ja das ist ja genau das also man kann ja du kannst ja jetzt nicht die ganze zeit nur also ich bin ich bin ich kann die ganze steine wände bauen aber ich habe schon so viele also foundations ja ich guck mal dass ich mir vielleicht ich habe ja 60 70 punkte übrig ich kann mir das theoretisch ich habe auch noch 80 also ich bin da sehr sparsam das muss ich zugeben dass er sparsam so hack die hack 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 die hawk und miss ich habe den ofen nicht ausgemacht jetzt würde alles wegbrennen naja und gibt mir ist da und ich habe mich gerade warum dann recht vor unserer prächtigung wenn sich gesagt hat auch moment da steht ja noch für jemand bei wieso kommt denn hier so viel raus so kathitur frames aber ich finde irgendwie geachter und ich gebe jetzt wirklich mal ein paar punkte aus ja achten wollen muss ich dafür extra noch lernen wir brauchen 40 steine bauwand muss man sich mal auf der zunge zergehen lassen 40 steine pro achten stone ceiling kann ich auch schon okay das ist schon mal sehr gut zu wissen was ist das und ein stone window frame und mein stamina habe ich echt gut gemacht also ich kann ja stundenlang drauf rumhacken auf so ein ding habe ich mal ein paar punkte ausgegeben und ein window könnte ich noch lernen ich brauche mir eine neue ganz einfach leute als ein metall schild können wir noch und dann machen wir hier weiter drauf rumhacken ja egal für was warum denn ach so das sind sie die blut drin genau da finden wir haben die blut ins rhein ein hammer bis jetzt ist schon geil oder super super als mal jemanden jemand neues uns freuen ja dann müsste er sich die fackeln nämlich nicht da braucht er die fackeln nicht mehr so nicht mal glaube ich von anfang an glaube ich sowieso hat oder müsste man ja ich bin langsam genau selbst laufen okay der krimi macht schluss verabschiedet sich macht's gut schlaf gut und so ja eine gute nacht und frohes schaffen morgen ja ich habe jetzt die ganze stein wenn wir hier ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher wie viel aufnahmen wir schon gemacht damit mit 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 vorhin bei dem vorgehalten und jetzt haben auch schon zwei okay wir sind gerade in der dritten seit sechs minuten also in der fünf da oben war sie verstehen okay also das sammeln das wird immer eine weile das dauert hat immer eine weile leute ist ist schon wieder am sammeln ich bin gar stein ist haben die ganze zeit stein okay aber wir haben ja noch einige schon wieder misst ich muss eh nach hause bin ihr voll langsam ich komme ich habe die disco bäume ja mal ein bisschen was bauen disco bäume hatte ich vorhin auch ja die sind richtig geil ich liebe die so komm mal rein mein freund bruno es hängt ja komm rein da ist deine geliebte du liebst sie doch sehr schön und zu das tor was fehlt mir denn noch halt da die disco bäume das sieht aus als ob der übelst krasser sturm wehen würde was man deswegen nennt man das ganze ja auch disco baum ja wegen den sturm die ein metall ist du ich habe ja kein metall gefunden aber passt schon ein paar steine habe ich steine angenehm ich bin auch gerade gerade im standby modus also ich kann eigentlich was machst du denn ich nehme doch nicht die ganze steine gabel die jetzt ordentlich kann ich mir an dass die die gabel zu was brauchst du die auch gerade wenn du hast auch wände gemacht oder was macht gerade wenn der ja ich meine erforscht meine ich ich habe mir jetzt alles erforscht was stein ist okay was soll ich es über noch steinwand anfangen kann sie auch steinwände bauen ist ja kein problem das kacke jetzt ist doch gar kein problem mein fremd doch was soll ich mit steinwände und eine steinwand ich habe mal zwei window frames noch gebaut da kann man da oben vielleicht noch fenster rein machen erste auch fenster main force frames ja theoretisch kann ich hier herstellen aber einfach metallwände ach so alles klar ja warum nicht der tägliche geht gleich in die folgen unter schmiede metallwände sie bautet gleich aus metall das bild ist nur wenn ich jetzt nichts baue kriegt in erfahrung ich hoffe du brauchst das alles neben mir damit ich auch punkte krieg ich habe das kann alles gebaut wo du in der nähe stone window frame hast du das stone window frame schon habe ich das frame ja habe ich zwei gebaut gerade guten windows gibt es keine steinwände na gut wäre ein bisschen komischen steinwindow zu haben okay ich habe übrigens noch eine tech wohl einstecken gerade die texten sind schon wieder weg gewesen okay dass du ich mal kurz hier rein und ja dann brauche ich mal ein paar windows frames dann jetzt ist nur die frage ist das so ja super klappt du eigentlich ein der will ab mein kleiner nee aber fast ich bin auch kurz vorlegen wo bist du jetzt hingewand ich er schwitze grad wie sau hast du dir jetzt da drüben gebaut ich weiß nicht frage mich habe ich da habe ich gerade erfahrungsmal hier oben ach so ne die habe ich gerade drüben habe ich neben dir gebaut ja ich habe sie nicht war kein inventor im inventor war ich da sieht ganz schick aus ich will das ganz schön diese diese maßnahmen hier dass man die von draußen nicht so sieht da kann ich ein wunden frame rein machen von einer seite glaube ich oder muss die von der seite ja ich habe die anderen auch von drin ich geglaubt ist es egal wie rum hä wo ist denn das ding ach da brauche ich noch jetzt fest 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 dass ich wieder zurück rennen hier kam gerade ein warmes lüftchen rein wie cool ist das denn 18 aber berg ist gefressen hey bruno danke dass du erwartest let's go rüber oder auch nicht weil ich wollen wir das jetzt einmal gerade rüber machen oder wollen wir das nach vorne ziehen tenji das war von der wand jetzt aber die jetzt einfach gerade weitermachen und das quasi als kleinen vorbau lassen hier i don't know warte ich komme mal wieder rüber ja also irgendwie müssen wir struktur reinbringen das ist einfach nur eine gerade große wand gerade deswegen ja weil sonst würde ich nämlich sagen tun wir hier quasi so rum weil er macht ja das verkehrt und kann ja das ist dann wieder so ein kleines problem dann müsste man erst mal den boden wahrscheinlich ab machen damit das nicht falsch rumtrauen baut diese böden müssen wahrscheinlich weg machen aber ich weiß nicht wenn den tatsch wo jetzt können wir ja wegkriegen die böden ist kein problem wenn ich die jetzt hier wenn man die aber abreißen das zähling ich mache das mal weg ja aber die die steinwand musste dann auch noch mal weg ich habe keine wände mehr so ich habe ich habe noch einen neuen was jetzt schon nicht mehr lol der macht die widerfall der macht die widerfall rum ist egal aber der erkennt doch jetzt dass sie das zu ende hier macht die falsch rum hin ok ist auch scheiße mache ich doch demolisch so hast du mal hier getestet an dem ding an der seite der macht die selbst außen verkehrt rum hin wenn ich die da ganz vorne hinsetzen würde macht ihr die auch verkehrt rum hin aber ich gehe mal ich gehe mal auf die seite und setzt immer von hirn komisch macht die man nicht macht immer wenn warte 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 wenn dann mach es hierhin hier hast du auch deine setzen du hast ja auch ich habe keine nein du hast ja gesagt du hast welche gemacht nee ich habe ich habe gesagt ich mache keine wenn du welche machst dann brauche ich ja keine machen dann kriegst du übrigens die erfahrungsbund dann wirst du auch mal level 30 wenn dann mache ich hier bei dem da wo frei ist wir gucken ob er sie wirklich verkehrt umsetzt ersetzen verkehrt rum glaubt er mir nicht nur ist richtig rum jetzt aber richtig rum der hat aber falsch rum angezeigt ja ich glaube hier müssen wir noch abreißen dann da wo du draufstehst dann theoretisch ich habe aber keine keine wände mehr aber demolieren darf ich doch trotzdem ich will demolieren okay dann demolieren mal stimulieren der hat es aber falsch rum angezeigt beim beim einsetzen gibt es hier keine keine physik bruno folgt immer noch ja ich weiß der soll mir auch folgen ja weiter die ganze zeit ins haus rein will also noch etwas machen nee der soll mir folgen weil wenn wir basteln und bauen und so kriegt übrigens erfahrung und ich weiß nicht wie weit die range ist deswegen dachte ich mir auch kommt folgen mir einfach so ich wollte mir eigentlich mal ein paar hier sein 1 kommst du her ich bin gerade auf dem dach kann ich jetzt noch keine erfahrungspunkte das ist doch beschiss ja ich kann mich nicht bewegen da habe ich den ganzen weg zurück klatschen kann wir das zeug nicht hierher bringen ist da nee erst mal runter geklettert jetzt komme ich erst kleiner mann können wir die sagen keine frau bringen oder so ist richtig das soll ich drüber bringen das schein ist mir eh grad weg sechs wände 2,7 xp bekomme ich pro wand nice naja gut man braucht schon einiges aber doch das geht ordentlich hoch also ich habe gerade den balken direkt angeschaut das geht ordentlich hoch wo wand damit brauche ich nicht crafting speed brauche ich auch nicht wer da nicht warten kann ja ich bin ich finde ich total sinnlos das stimmt ja also weiß ich nicht das bisschen also ich weiß nicht wie es wie später die metall dinge oder was ist ich vielleicht brauchen die ja jahrhunderte die fertig werden keine ahnung aber zurzeit eher weniger ich gehe lieber auf leben damit ich nicht so schnell sterbe wenn ich angegriffen werde oder und trinken ach so was geht ja auch ne ja dass das länger hält das halt nicht so nervig ist alle fünf minuten irgendwas trinken und essen muss habe ich glaube ich noch nie gemacht muss ich zugeben und die gestaltung habe ich viermal jeweils gemacht also acht level schon dort rein investiert okay die tür also eine fenster tür wir können hier drüben dann direkt mal ein tür frame rein machen damit wir hier vorne dann drauf drehen können also drauf gehen können raus wollen wir das so einen kleinen so einen kleinen dach oder so so einen kleinen dachbalkon so genug an der boden da müssen wir müssen auch mal steinböden dann rein ziehen seiling stein seiling oder so heißen stone seiling kann ich bauen ja weil das sieht ja dann später also zumindest gut hier kann man gut schlafen wahrscheinlich ja also kann man sich schön hinlegen ist schon gemütlich und weich sieht schon ganz schick aus wie eine borg wie eine borg aber wir brauchen mehr stein also wollen wir da jetzt eine tür reinmachen davon oder eher nicht so mach wie du wie du denkst ich werde hier hinten mal den stein abhacken ich repariere nur schnell meine axt und dann geht das los hole ich mir hinten den stein weil gibt es ja hier sind ja ordentlich viele steine wo das sieht aus wie als ob ihr metall drin sein könnte was ja das sieht so glänzend aus vielleicht ist ja ein bisschen metall drin oder oder vielleicht auch nur flint das kann auch sein und so wie es aussieht ist ja nur flint drin hey cool ja mal wieder ein bisschen bauarbeiten gemacht hier bauarbeiten ja die folge ist auch fast schon zu ende für krass haben wir wieder eine stunde aufgenommen das heißt ja 20 minuten müssen wir noch ja ja ich war gar nicht überlegen ja jetzt kriegt man noch hin kriegt man da muss ich keine brauche da ist irgendein stein explodiert ich sehe ich gucke nur gerade so ich gucke gerade so aufs haus auf einmal fliegt hinten fliegt aus dem haus und bam fliegen die steine schon wieder stark ich bin eine starke frau krass das haus explodiert wow das sieht so gut aus ok los nächste mach ich los 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 es ist explodiert das haus explodiert kein metall doch da ganz klein ja manchmal bin ich nicht ganz so gierig darauf er hat fast alfredo getroffen er hat fast alfredo getroffen weil das meine axt wieder kaputt leider kriege ich kein metall raus ähm was fehlt mir mir fehlt schon wieder steine ja dachte ich mir schon deswegen packe ich hier gerade welche aber man kriegt ja nicht so so viel mega steine kriegt man jetzt auch nicht dafür raus muss man ja auch bedenken ähm ich mach mal da gleich mal ein bisschen stone ceilings das ist das ist quasi wie am anfang als wir halt einen haufen holz brauchten für die holzwände und so ne das war ja 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 stein na schon wieder kaputt für die stone ceilings brauchst du 60 steine das stück äh vielleicht aber erstmal doch und dann wenigstens erstmal auf die mauern vielleicht konzentrieren wie es drinnen aussieht das weiche das kann man ja später vielleicht dann machen bam und schon wieder das sieht so gut aus als ob das haus explodiert das ist voll so gefällt mir ja jungen wie wenig steine rauskommen was wir los neuen stein alter fliegt sonst wohin da unten ist wieder so ein riesenvieh oder ne das ist ein steg das ist ein steg da unten den sehe ich doch das sehe ich doch das ist ein steg ein steg aus machen wir jetzt folgendes wir nehmen nämlich das ceiling und die tür ich bin schon voll voll ich bin schon richtig überladen geil weg und setzen hier das stone ceiling drauf cool oh mein gott bin ich überladen dann können wir hier nämlich die tür rein machen ach nee das hätte man später machen sollen verdammt ja wahrscheinlich wieder verdreht oh gott ich muss ja da wieder reinkommen naja egal dann schmeißet irgendwas weg und was kann ich wegschmeißen obwohl so der eigentlich ich müsste mich eigentlich mal komplett leer machen um zu gucken also warte mal der hat zwei snap points ach du scheiße der hat jetzt zwei snap points du kannst mit äh ein bisschen rum getricky ah okay alles klar du hast zwei verschiedene snap points bei was ähm wenn du ne wand setzt und äh davor schon ein äh ceiling ist und dahinter ein ceiling ist ja äh weil du die grad abgerissen hast ähm du musst nur gucken du hast da so ganz kleinen mini kleinen pixel wo du verschieben kannst und dann baut er die richtig hin okay ich bin grad ich hab 136 steine bloß einstecken das ist voll wenig er hat voll am total langsam rumlaufen komm komm durchs fronttor komm auch gleich mal mit ähm aber ich komm mit ich schleich mich ich schleich mich gerade zum fronttor okay kann man denn nicht da hinten an diesem riesigen fels stundenlang drauf rumkloppen und da auf dem stein rausholen das wäre doch total logisch irgendwie stundenlang an diesem großen fels da hinten rumhacken ja eigentlich ne ich hab's zum haupttor geschafft nice aber sonst du kommst du dir wow alter was mit dem los ach so ja ich will raus ja du hast das vor meiner nase geschlossen äh 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 ich bin so langsam ja ein bisschen farming ein bisschen farming muss natürlich muss natürlich sein wir haben leider keine kiste da drüben wo man die wände auch bauen und die pflanzen ich hab keine ahnung leute da hätten wir na gut da hätten wir jetzt mal von anfang an vielleicht mal ein bisschen kacke reinschmeißen sollen wir idioten haben wir doch ich hab vorhin äh äh hast du von's gemacht sehr schön also zumindest in einen ja aber ich hoffe trotzdem nicht weil ich hoffte dass da noch ein bisschen fertiliser fällig wird haben wir hier nicht im städt schreien nicht stein und ich bekomme irgendwie nur flint aus diesen dingern raus hier so noch fiber und mist einstecken baust du die mit der axt ab die steine ja da haue ich drauf wie ein biebekloppt wie so ein wani hä ne oh ich hab grad wieder einen dicken ruckler gehabt ich hab grad wieder angst dass mir die aufnahme abschmiert oh man jetzt aber hier so let's see go wir machen hier das behalten wir das schmeißen wir da oben rein aber so ein schwachsinn mit der axt auf den stein hauen um steine zu kriegen so ein blödsinn ja aber du willst ja keinen flint haben nehm ich an ja das also das verstehe ich generell nicht so ganz das ist halt die logik wo denn ja also wenn ich vielleicht gar die antwort das war die antwort einfach nur ja also ja so ähm ja fiber und holz und so kann ich ja ruhig mal wegtun hier glaube ich obwohl holz ne holz brauche ich glaube ich nicht zum reparieren ne ne wood doch ein bisschen wood braucht man oh wie soll ich das denn jetzt noch einmal haben wieso ist hier ein flint drin ne oh da schlag ich einmal drauf und das ding explodiert ich glaube da hat Tenchi schon drum rumgenackt kann natürlich durchaus sein mhm ok vermute es und blä ne seit wann ist das denn hier die fiber kiste what the fuck irgendwie verschiebt sich ja alles ganz rechts war die ja eben da aber irgendwie ist jetzt die die vorletzte auf einmal fiber drin ne doch nicht hä what the fuck ich hab die falsche angeguckt anscheinend ne ich hab's auch hingeguckt aber dann in die falsche richtung dann ach Gott ist das nervig der Tenchi ist ein bisschen verwirrt ich ja meine fps gehen gerade so ein bisschen baden ich bin sehr verwirrt gerade beim steine hacken nein schon wieder die falsche jetzt aber ei 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 so hier kommt jetzt nämlich noch jetzt hab ich schon wieder die falsche aaaaaaah der Tenchi ist supermann ich raste aus ich schmeiß die scheiße aus ein Fenster raus jetzt aber hier 200 Puls 200 Puls hab's zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Vielen Dank.